Heute ist ein besonderer und bedeutungsvoller Tag für die gesamte Schlager-Musikbranche, an dem das Publikum ein fröhliches und warmes Bild erlebt. Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbreiten Freude und Glück, zusammen mit Millionen von Fans in ganz Deutschland und Europa. Beatrice und Florian sind nicht nur leuchtende Stars in der Schlager-Musikbranche, sondern auch Symbole für Freundschaft und Liebe in der Unterhaltungsbranche. Ihre Verbindung besteht nicht nur in der Musik, sondern auch im täglichen Leben. Wenn man sie zusammensieht, erkennt man leicht ihr Glück und das tiefe Verständnis füreinander. Ihre natürlichen Bewegungen und freundlichen Gisten sorgen dafür, dass alle um sie herum sich wohl und geliebt fühlen. Auf der Bühne sind sie perfekte Partner und schaffen emotionale und mitreißende Songs und Auftritte. Die Kombination aus Beatrices tiefer Stimme und Florians talentierter Führung hat unvergessliche und bedeutungsvolle Musikhabende für das Publikum geschaffen. Abseits der Bühne sind sie enge Freunde und einhellige Kollegen. Sie genießen gemeinsame Momente der Entspannung und des Spaßes im wirklichen Leben, was ein Beweis für eine aufrichtige Freundschaft und ein tiefes Verständnis füreinander ist. Ob beruflich oder privat, die Unterstützung und der Konsens zwischen Beatrice und Florian sind immer unbestreitbar. Sie stehen einander immer bei, teilen Freude und Leid und meistern alle Herausforderungen gemeinsam. Wenn die Menschen sie heute zusammen sehen, kann vielleicht niemand das Glück und die Wärme ihrer Beziehung leugnen. Es ist ein Zeugnis wahrer Freundschaft und Liebe und eine große Quelle der Ermutigung für beide. Für das Publikum ist das Bild von Beatrice Igli und Florian Silbereisen beim gemeinsamen Spaziergang eine Erinnerung an die Kraft von Freundschaft und Liebe. Es ist eine Quelle der Inspiration und des Glaubens an die schönsten Werte des Lebens und ein Grund für die Menschen, an die guten und schönen Dinge dieser Welt zu glauben. Unter all den Komplikationen und Überraschungen im Leben stehen Beatrice Igli und Florian Silbereisen für etwas Einfaches, aber äußerst Wichtiges, Freundschaft und Liebe. Und heute, wenn sie gemeinsam gehen, erinnern wir uns daran und empfinden Freude und Glück mit ihnen. Beatrice Igli und Florian Silbereisen haben mit ihrer Einigkeit und ihrem tiefen Verständnis füreinander ein ganz besonderes und bedeutungsvolles Bild in den Herzen des Publikums hinterlassen. Sie sind nicht nur Partner auf der Bühne, sondern auch aufrichtige Freunde und vertrauenswürdige Kollegen. Das Glück und die Wärme, wenn sie gemeinsam gehen, sind nicht nur eine Freude für sie, sondern auch eine Quelle der Inspiration und Freude für alle. Das Bild, wie sie schöne und bedeutungsvolle Momente miteinander verbringen, ist ein Beweis für die Kraft der Liebe und Freundschaft und eine Erinnerung an die wichtigsten Werte im Leben. Für Beatrice Igli und Florian Silbereisen ist heute nicht nur ein gewöhnlicher Tag, sondern auch ein besonderer und bedeutungsvoller Tag. Sie haben uns bewiesen, dass in diesem Leben nicht Erfolg oder Ruhm das Wichtigste sind, sondern die Verbindung, Zuneigung und das Verständnis füreinander. Die folgenden Aussagen scheinen sich auf ein anderes Thema zu beziehen und sind daher schwer verständlich. Die Bedeutung von Verschiebung und, geraden, in diesem Konzept,